Hallo und schön, dass Du da bist. Ich bin Marina und in diesem Video lade ich Dich zu einer Entspannungsmeditation ein. Beim Anschauen des Fischermandalas nehme ich Dich mit auf eine kurze Reise, in der Du den Alltag für einen Moment pausieren kannst und die Aufmerksamkeit nach innen auf Dich richtest. Setze Dich dazu am besten aufrecht auf Deine Unterlage, egal ob Stuhl, Couch oder Kissen, je nachdem, was Du gerade zur Verfügung hast. Beginne, indem Du die Aufmerksamkeit auf Deinen Atem richtest und bewusst ein paar Mal ein- und wieder ausatmest. Du atmest ein und Du atmest wieder aus. Wunderbar! Du merkst bestimmt, dass immer wieder Gedanken dazwischen kommen. Das ist vollkommen normal. In diesem Fall lenke Deine Aufmerksamkeit einfach wieder sanft zurück auf Deinen Atem. Du kannst Dir vorstellen, dass die Gedanken mit dem Ausmalen des Mandalas weiterziehen. Das Wasser, die Wasserlilien und die Fische nehmen Deine Gedanken mit. Genieße die langsam einkehrende Ruhe und spüre Deine Entspannung. Lockere alle Muskeln Deines Gesichts. Entspanne Deine Stirn, die Augen, die Wangen und den Mund. Entspanne Deine Arme von den Fingern, Händen über die Unterarme, die Ellbogen, die Oberarme bis hin zu den Schultern. Entspanne Deinen Brust- und Bauchraum, entspanne Deinen Rücken von den Schultern über den oberen Rücken, den unteren Rücken bis hin zu Deiner Hüfte. Nimm wahr, wie sich Dein Körper anfühlt auf der Unterlage, auf der Du gerade sitzt. Entspanne die Muskeln in Deinem Becken, Deinen Beinen bis zu den Füßen. Du fühlst Dich ganz frei und leicht, wie einer der Fische im See. Du bist ganz ruhig und entspannt. Wenn Du merkst, dass Dich Gedanken besuchen, kehrst Du mit Deiner Aufmerksamkeit einfach wieder zurück zu Deinem Atem. Du atmest ein und Du atmest wieder aus. Deine Gedanken verschwinden im See bei den Fischen und den Lilien. Dein Kopf und Dein Körper sind wunderbar entspannt. Mit jedem Atemzug entspannst Du Dich noch ein bisschen mehr und mehr. Dein Körper ist ein und Du atmest wieder aus. Ein und wieder aus und Du spürst Deine Entspannung. Die Musik Von Böду Lass dir noch etwas Zeit, um von deiner Entspannungsreise wieder in dem Raum anzukommen, in dem du gerade sitzt. Bewege langsam deine Arme und Beine. Recke und strecke dich. Mache dich bereit, die Entspannung und die Kraft aus dieser Meditation sowie die schönen Gefühle in deinen Tag mitzunehmen. Atme erneut tief ein und aus und lenke deinen Atem gedanklich zu den Fischen und Wasserlinien, die inzwischen schon in bunten Farben erstrahlen. Du fühlst dich frisch und voller Energie. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt, wo du schön entspannt bist, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Hab eine gute, entspannte Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich.